Dein Charakter ist nicht okay. Er muss geformt werden. Mein Charakter muss geformt werden, wenn ich zu Jeschua komme. Es braucht Zeit und ich muss gewisse Dinge erstmal lernen. Also gibt dir Gott das Speisegebot und daraus kannst du viel lernen, was er von dir eigentlich will. Und deswegen verwundert es immer wieder, ich habe dieses Thema schon behandelt in der Tora Portion Shemini, vielleicht hast du es schon gesehen, hier nochmal ein paar Auszüge, um ein paar Dinge klar zu machen. Wenn wir zu Jeschua kommen, gibt es die Frage, wie soll ich jetzt wandeln, was soll ich jetzt tun am Tag, was soll ich jetzt hier wirklich praktisch ausführen, um den Glauben zu leben. Da sagt Gott, geh in die Ehe und geh arbeiten, krieg Kinder. Okay, hüte das Haus, kümmere dich um deine Familie und schau, dass du die versorgst. Und wenn dann etwas überbleibt, dann guck mal auf deine Nächsten, deine Nächste, deine Nächsten Verwandten. Okay, dann guck auf deine Familie im Glauben. Schau mal, dass du dein Haus in Ordnung bekommst. Wenn dann noch etwas überbleibt, dann schau mal, dass du anfängst, die Gesellschaft zu beeinflussen. Okay, also das kannst du praktisch erstmal tun. Das ist schon schwer genug. Menschen sagen, brauche ich nicht, muss ich nicht, ich habe andere Wege. Aber was mit meinem Charakter? Wie soll mein Charakter sein? Und sag Gott, schau dir das Speisegebot an. Steht nur ganz wo drin, dass du das Speisegebot dir anschauen sollst, um deinen Charakter zu formeln. Aber, als Moshe die Tora da, als dem Moshe die Tora gegeben wurde und er kam runter, das Volk, welches adressiert wurde, wir werden jetzt heute sagen, primitiv, war nicht fortschrittlich, wahrscheinlich keine Technik, konnten die überhaupt einiges verstehen. Weißt du, diese Generation war viel näher dran am Garten Eden als wir. Die haben viel mehr verstanden als wir. Und Gott hat Dinge gegeben, praktisch, welche das Volk verstanden hatte. Im Bereich des Speisegebots, da geht es ja natürlich um das, was du essen sollst und was du nicht essen sollst. Aber das ist in 5 Minuten, würde ich sagen, erledigt. Sobald du zur Erkenntnis kommst, dass Gott nicht möchte, dass du gewisse Dinge isst, schaust du einmal auf der Packung, gehst in den Supermarkt oder wo du sonst deine Sachen herbekommst, liest es einmal durch und lehnst das ab, was hier nicht steht. Das ist erledigt, erledigt, aber der Import dahinter, dass es um den Charakter geht, das dauert Jahre. Das ist der wahre Auftrag oder Auftakt der Tora. Ja, und deswegen erstaunt es mich, nach so vielen Jahren immer wieder, dass Menschen das geglaubt haben. Dass man kommt zu Gott und jetzt liest man in der Tora ganz viele Dinge, Listen über Listen. Hier zum Beispiel ein ganzer Kapitel und dann nochmal 5. Mose 14, wo ganz minütös aufgelistet ist, was du essen sollst, was du nicht essen sollst. Also schreiben Leute sich das auf und haben das als Zettel bei sich oder als Liste im Telefon. Und das schicken sie durch die Gegend. Und in ihrem Kopf ist das, was Gott will. Wenn ich auf diese Dinge achte, wenn ich gewisse Tage jetzt hier meinetwegen halte, wenn ich hier am Pesach mich fernhalte von Sauerteig, wenn ich diese Sachen mache, dann ist mein Charakter vor Gott in Ordnung. Das ist in keinster Weise, was die Tora sagt. Dein Charakter ist nicht in Ordnung und du brauchst und ich brauche viel Arbeit. Hier, das ist die Blaupause, sei nicht so, sei so. Kurzfassung. Und daran zu arbeiten, nachdem du deinen Auftrag wahrgenommen hast, kann ein ganzes Leben dauern. Aber Stück für Stück, Tag für Tag kreuzigst du dich mehr, um dieses Ideal zu erreichen. So, jetzt gibt es Bereiche. Bereiche des Himmels, auf der Erde oder was in der Luft ist und im Wasser. Diese Bereiche, das ist da, wo du primär diese Tiere natürlich finden würdest. So, es gibt aber Eigenschaften, die damit einhergehen, die wir kreuzigen sollen. Und das steht hier im 1. Mose nicht so direkt drin, aber schau mal hier, was der Text sagt. Gott schuf Mann und Frau in seinem Bilde und hier 27. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn, Mann und Weib schuf er sie, Adam und Eva, und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen, ihr habt einen Auftrag, seid fruchtbar und mehret euch, geht in die Ehe und füllt die Erde, bringt Kinder zur Welt, macht Nachkommen, macht Jünger für das Reich und macht sie euch untertan. Also, wo bin ich jetzt gerade? Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan, macht die Erde euch untertan. Und herrscht über diese Bereiche, herrscht über die Fische des Meeres, herrsche über diese Bereiche. Und über das Gevögel des Himmels, herrscht über diese Bereiche und über alles Getier, das sich auf der Erde regt, herrscht über diese Bereiche. Jetzt sagst du aber, es geht hier nur um die Tiere. Die Tiere werden Furcht haben vor dem Menschen, ist das der Auftrag. Du gehst jetzt raus und die Tiere haben Angst, die flüchten vor dir. Hurra, ich hab's geschafft. Das, was Gott gesagt hat, hat sich bewahrheitet. Flüchten alle Tiere vor dir, ist das, was der Text sagt. Ja, die Furcht des Menschen wird auf dem Tier sein, aber Gott sagt, du sollst über diese Bereiche herrschen. Was passiert in diesen Bereichen? Das erklärt das Speisegebot. Weil diese Tiere kommen ja aus diesen Bereichen und du solltest jetzt hier aus jedem Bereich etwas lernen, was zu deinem Charakter jetzt hier dienen wird. Dass du es formst. Durch harte Arbeit, durch den Geist, durch Kraft. Bis zum heutigen Tag werden Menschen schreiben, all das ist eine Irrlehre, wenn du zu Christus kommst, du kannst nichts tun. Er macht alles für dich, du musst nur deinen Mund aufmachen und dann wird sich alles ändern. Das stimmt nicht. Es gibt Dinge, die du ständig machen musst, du sollst bewusst leben. Jetzt hier, Achtung, und Jehova redet zu Mosche und zu Aaron und sprach zu ihnen, redet zu den Kindern Israel und sprechet, dies sind die Tiere, die ihr essen soll von allen Tieren, die auf der Erde sind. Das sind die Bereiche, die du hier dir merken sollst. Jetzt, das sind die Hauptmerkmale. Es gibt viele, viele Tiere, aber diese Merkmale sollst du dir anschauen von dem, was auf der Erde ist. Fang mal hier mit an. Alles, was gespaltene Hufe und zwar ganz gespaltene Hufe hat und wiederkeut unter den Tieren, das sollt ihr essen. Okay, also Hufe und Essen. Welche Bereiche sind das? Beine oder Hufe oder Füße und Mund. Achte auf diese zwei Bereiche. Herrscht über die Tiere, herrscht über die Tiere, das Getier auf der Erde, herrscht in diesem Bereich über diese zwei Sachen, was du zu dir nimmst, im geistigen Jahr, schon dargestellt, dass du die Kuh essen darfst. Okay, weil es ist ja ein Wiederkäuer und es hat gespaltene Hufen. Aber achte auf diese Bereiche. Geistige Nahrung, die du zu dir nimmst, sollst du verdauen und verinnerlichen. Also das Tier, die Kuh oder Ziege in diesem Fall, würde jetzt das Essen, die Nahrung aufnehmen und dann erstmal kauen und dann wird es runtergehen und dann kommt es wieder hoch, nochmal kauen und dann wird es verdaut. Also du denkst nach, du triffst bewusste Entscheidungen, du verstehst das Wort Gottes. Du lässt es dich formen, weil du da meditierst und du willst es verstehen. Es dauert Zeit. Es ist nicht nur eine einmalige Sache. Und du wandelst danach. Nachdem du es verdaut hast, wandelst du. Du tust auch das, was du verstanden hast, was der Geist dir gegeben hat. Okay, herrscht über diesen Bereich. Mund, Lehre, geistige Lehre, herrscht darüber, dass du wandelst. Das Wandel wird heißen, dein Fleisch zu kreuzigen. Wie kreuzige ich mein Fleisch? Gleich, welche Aufgaben hat man eine Frau bekommen? Ja, seid froh und mehret euch. Um das zu machen, musst du was? In die Ehe gehen. Ist auch nur ein Satz, in die Ehe zu gehen. Heißt, ich muss ein Mann werden und ich muss eine Familie versorgen können und ich muss charakterlich da mich geformt haben und ich als Frau bin da imstande, auch meinem Mann zu dienen. Okay? Und dann geht die Reise los. Und jetzt achtest du darauf, deinen Charakter zu formen. Charakter. Das ist, was kaum geformt wird. Menschen haben keinen Kodex, Menschen vergessen Sachen, mutwillig, Menschen lassen Sachen erzählen oder verleumden, aber halten ganz viel Tora. Und Speisegebot und lesen Hebräisch. Viele, viele, viele in diesen Tora-Kreisen. Diese ganzen Dinge, da schreiben sie Listen und Kippa und wer trägt was und Fahne von Israel und wie oft sagt man das Schema Israel oder Gemeinden, die immer wieder Predigten und Tribünen-Shows haben, aber Charakter, okay? Charakter. Das ist, was Gott möchte. Acht auf diese zwei Bereiche. Jetzt gibt es ein paar Merkmale. Nur diese sollt ihr nicht essen von den Wiederkäunden und von denen, die gespalten Hufen haben, weil es gibt Tiere, die haben eins von den beiden. Das Kamel, denn es wiederkäut, aber es hat keine gespaltene Hufe. Unrein soll es euch sein. Also, erkäut wieder, aber er wandelt nicht danach. Es steht nicht im Text drin, dieses Kamel wandelt nicht nach der Tora. Ein Kamel tut, was ein Kamel tun soll. Es ist ein Tier, man soll das Tier gut behandeln. Zu keinem Tier darf man gehässig sein. Das ist auch gegen die Tora. Die Tiere haben ihren Platz in der Schöpfung. Die isst du einfach nicht. Für Nahrung. Aber der Import ist, dass Gott zeigt dir etwas, was du in deinem Leben beachten sollst. Okay? Steht auch nicht drin, Alarm, Alarm, Speisegebot, Dienst zur Formung des Charakters, aber du glaubst doch jetzt nicht, dass eine ganze Liste wurde gegeben. Zweimal. Zu der ersten Generation, dritter Mose 11 und zu der zweiten Generation, fünfter Mose 14. Und zweimal kommt diese Liste vor. Du glaubst doch nicht, dass ein ganzer Kapitel, wo es um den Charakter geht, dass Gott es dir jetzt gibt, nur damit du eine Liste führst, über was du essen sollst, nicht essen sollst. Ja, das auch. Aber der Charakter steht in den Vordergrund. Es ist jetzt zum Beispiel schlimmer, wenn du aus Versehen etwas tust, was gegen den Charakter Gottes geht. Verleumdnis oder fluchst oder lügst, als dass du aus Versehen mal ein Stück Schwein gegessen hast. Stimmst du überein? Also Charakter ist höher. Sollst du nicht essen. Aber der Charakter ist im Foros. Arbeite an deinem Charakter, Steve. Das, was im Foros ist. Jetzt habe ich irgendwo mal eine Reportage gesehen, da wurde ein Mann gelinkt. Ich weiß nicht, was vorgefallen ist. Ich war nicht da. Ich habe nur das gesehen, was da gesagt wurde. Und dann sagte der Mann, das weißt du, dieser Mann, der ihm gelinkt hatte, der hat sich verhalten nicht wie ein Geschäftsmann, sondern wie ein Schwein. Naja, ich glaube nicht, dass er jetzt meinte, dass dieser Mensch wurde wirklich zum Schwein oder grunzte wie ein Schwein oder lebt im Stall, sondern vom Verhalten her. Und das steht auch in der Tora drin, dass es gibt Tiere, die käuen wieder, haben keine gespaltenen Hufe oder haben eine gespaltene Hufe und käuen nicht wieder. Achte auf diese zwei Bereiche. In diesem Fall, augenscheinlich sieht es so aus, als ob dieses Tier rechtmäßig teilt und danach wandelt. Augenscheinlich sieht der Bruder sehr, sehr heilig aus, weil er spricht viel über Jesus und über die Bibel. Aber er hat sich verinnerlicht, was es bedeutet. Er macht einen augenscheinlichen Wandel. Das ist schnell zu machen. Du kannst schnell jemanden täuschen. Das geht ganz schnell. Und du wirst auch wahrscheinlich immer darauf reinfallen, weil der Auftrag ist, gastfreundlich zu sein und jünger zu machen. Wenn jemand dich anruft und sagt, hey Bruder Sven, Shabbat Shalom, gepriesen sei der Herr. Ich liebe den Schöpfer, ich liebe den Gott Israels. Wann können wir uns treffen? Ich bin jetzt schon so und so lange im Glauben. Dann wirst du sagen, Amen, Bruder, wir müssen uns treffen. Richtig? Du weißt erst mal nichts. So, das ist mal das Augenscheinliche. Jetzt willst du ihn kennenlernen. Wie ist er wirklich? Und dann vielleicht fängt er an zu lästern oder andere Dinge zu machen. Dann sagst du, naja, diese Sachen, die sind schnell zu sagen. Das kann man erst mal schnell von sich geben. Aber der Charakter, den musst du testen. So, augenscheinlich sieht es so aus, auf den ersten Blick, als ob das Schwein rein wäre. Aber es keut nicht wieder. Es hat es nicht veränderlich. Anhand des Charakters wirst du verstehen, er ist nicht im Glauben. Oder er nimmt diesen Punkt nicht wahr. Oder er lehnt was ab. Mutwillig. Okay? Menschen sind nicht da verführt worden, die Tora nicht zu halten. Menschen arbeiten an ihrem Charakter nicht oder tun es mutwillig. Es ist eine mutwillige, klare Entscheidung. Charakter. Lass uns mal schauen, was David sagt. Ob die Menschen zum Berg Gottes kommen, die rein und koscher essen. Ein Psalm von David, Jehova. Wer wird in deinem Zelt weilen? Wer wird wohnen auf deinem heiligen Berge? Der in Achtung, ob David jetzt hier, der König von Israel, jetzt sagt, du musst dich hier ganz doll an die Speisegebote halten, um hier bei Gott wohnen zu können. Der in Lauterkeit wandelt und Gerechtigkeit wirkt und Wahrheit redet von Herzen. Nicht verleumdet mit seiner Zunge, kein Übel tut seinem Genossen und keine Schmierung bringt auf seinen Nächsten. In dessen Augen verachtet ist der Verworfene, der aber die ehrt, welche Jehova fürchten. Hat er zum Schaden geschworen, so ändert er es nicht. Der sein Geld nicht auf Zins gibt und kein Geschenk nimmt, wird er den Unschuldigen. Wer solches tut, wird nicht wanken in Ewigkeit. Also Charakter. Man kann sich auf jemand verlassen. Das, was er sagt, das tut er. Er fürchtet Gott. Er achtet die Unterdrückten. Er nimmt da keinen Zins etc. Also charakterliche Dinge. Wie jemand aufrichtig wandelt, das hat David hier im Fokus. Solche Menschen werden auf dem Berg Gottes wohnen. Das ist, was David hier meint. Also sollen die Tiere, die äußerlich zwar so aussehen, als ob sie wandeln, es aber nicht tun, euch ein Gräuel sein. So soll es nicht sein. Vermeide solche Menschen. Okay? Es soll ein Gräuel sein. Das steht hier drin. Und das Schwein, denn es hat gespaltene Hufen oder gespaltene Hufe und zwar ganz gespaltene Hufe, aber es wiederkäut nicht. Unrein soll es euch sein. Bei dem Klippendachs, denn er wiederkäut, aber er hat keine gespaltene Hufe, unrein soll er euch sein. Er redet viel über die Tora. Er scheint es verdaut zu haben. Er gibt gute Weisheiten. Ja? Jeschua sagt, ein Vater hatte zwei Söhne. Zu dem einen sagt er, helf mir, tu was. Der sagte, ja Vater, ich mache es. Er tut es nicht. Der eine sagt, Vater, ich tue es nicht, aber er macht es. Jeschua fragt, wer hat es den Willen des Vaters gemacht oder gehalten? Wer hat den Willen des Vaters erfüllt? Sagten die Pharisäer, der das getan hatte. Am Ende, der es umgesetzt hat. Also umsetzen, den Wandel zu vollenden und es nach dem Wort zu machen, welches man verinnerlicht hat, was nur geht, weil man sein Fleisch kreuzigt. Deswegen spricht der Geist zu einem solchen, der ist rein. Okay? Das ist ein Prozess, der dauert Jahre, aber auf diesem Weg ist er. Auf diese Sachen sollst du schauen. Diese sollt ihr essen von allem, was in den Wassern ist. Wir haben gesagt, diese Bereiche werden uns aufgezeigt. Zu Adam wurde gesagt, herrscht über die Tiere im Himmel, über die Tiere auf der Erde und über die Tiere im Wasser. Jetzt die Insekten kommen auch dazu, das sind die Tiere, die auf der Erde sind, aber das sind die drei Bereiche. So, jetzt schau dir mal diese Sachen an. Die Fische im Wasser, alles was Flossfedern und Schuppen hat. Also Flossen und Schuppen hat, in den Wassern, in den Meeren und in den Flüssen, das sollt ihr essen. Immer nur diese Hauptpunkte. Gespalten Hufe, Wiederkreuz und dann ein paar Beispiele von ein paar Tieren. Und dann hier Flossfedern und Schuppen. Jetzt sagt man ja, was für eine Art von Fisch ist denn das, was Schuppen und Flossen hat. Jetzt einige meinten mal, das sind die Fische, die auch gegen den Strom schwimmen können. Naja, korrigiere mich, aber ich glaube, es gibt einige Fische, die gegen den Strom schwimmen können, obwohl sie nicht beides haben. Ich glaube nicht, dass es der Hauptpunkt ist. Gegen den Strom zu schwimmen, das würde ich schon als eine Eigenschaft verstehen, welche der Gläubige braucht, weil du kannst mit der Masse nicht gehen. Wenn die Masse sagt, sie hat die Wahrheit, musst du dich fragen, wie kann das denn sein? Weit ist schwer zu kriegen. Das kommt mit viel Schmerz und Kreuzigen. Wenn jemand sagt, er schätzt dich glücklich, er ist jetzt in deiner Gemeinde, alle leben die Wahrheit. Du fragst, wie viele Menschen sind denn da? Er sagt, 100 Leute. Alle sind in der Wahrheit d'accord, ja, wäre schön, aber in der Natur der Sache ist es sehr, sehr schwer. Wenige sind es, die zum Leben finden. Möge es viele sein, aber du wirst sehen, in den einzelnen Gesprächen, dass Menschen nicht bereit sind, den Wandel zu vollziehen. Nach dem Charakter, nach der Tora etc. Das ist jetzt hier im Verständnis, von was ich essen soll, welche Tage da machen Menschen Listen und streiten mit dir darüber. An welchem Tag treffen wir uns, wie viel Hefe darf ich noch haben, wie viel Mehl und all diese ganzen Sachen. Und wann ist der neue Mond? Und dann streiten sie sich, weil in ihrem Verständnis, das sind die Dinge, die müssen in Ordnung sein, steht in der Tora drin. Die werden sich trennen teilweise und sagen, nee, nee, aber was ist hier mit der Dreieinigkeit und glaubst du an die Jungfrauengeburt und wann war der Exodus? Also diese geschriebenen Sachen, halten sie ganz, ganz hoch. Steht so dringend, bring jetzt hier keine fremde Lehre, ja, es müssen drei Sterne am Himmel sein, bevor der Shabbat anfängt, was machst du da bloß? Naja, weil in ihrem Verständnis, diese Dinge machen uns heilig. Das ist nicht, was die Tora sagt. Das Gewichtigere sollst du halten und das ist das Gewichtigere und die Minderen oder die Kleineren Sachen ebenso. Aber verwerf nicht die gewichtigen Sachen für die nicht so gewichtigen Sachen. Das ist, was Menschen oftmals machen. Also, nur gegen den Strom zu stünden, das glaube ich nicht. Sondern man hat herausgefunden, dass speziell Fische, die Schuppen und Flossen haben, haben ein Verdauungssystem, welches resistent gegen Gift ist. Interessant. Weil natürlich ist da viel Gift um uns herum, ja. Die Welt ist voller Gift im Kodex der Menschen, im Verhalten, in der Gesinnung etc. Und wie hältst du dem Stand? Ja, durch die Waffenrüstung Gottes. Epheser 6. Das Wort, okay, Helm, Brustpanzer, deine Füße, das englische Wort Sandal, mit dem Evangelium ausgestattet. Und du bist als Krieger ausgerüstet, um hier widerstandsfähig zu sein gegen die Waffen des Teufels. Die Welt versucht dich ständig einzunehmen und du weißt die richtige Dosis. Du kannst der Welt nicht entfliehen. Du kannst aber nicht Teil der Welt sein. Du hast den Geist, der dir sagt, bis wohin du gehen kannst. Obwohl du tagtäglich auf der Arbeit bist und die verteilen Schmuddelzeitungen oder machen Witze oder sind unlauter oder reden gegen den Chef oder betrügen etc. Du weißt trotzdem, da stand zu haben und machst da nicht mit, weil du bist gegründet auf das Wort Gottes. Und das fordert Kraft und Mut und Rückgrat. Also herrscht über diese Sachen. Herrscht darüber, dass du nicht nur hier das Wort liest und tust es nicht. Und herrscht darüber, dass du nicht immer augenscheinlich so rüberkommst, als menschengefällig zu wirken. Obwohl du gar nicht verstehst, was der Geist dir sagt. Weil du einfach das Fleisch nicht kreuzigst. Es ist einfach erstmal so zu tun, als ob ich dazugehöre. Herrscht über diese Sachen. So wirst du rein. Dein Charakter ist nicht in Ordnung, Steve. Dein Charakter muss geformt werden. Schau dir die Speisegebote an. Okay. So, natürlich noch Eigenschaften von den Raubtieren etc. Ja. Oder die andere Reisen. Da kannst du viel lernen. Verhaltensweisen von den Tieren. Oder sind bockig. Schau dir das Tierreich an, so viele es da gibt und du wirst Eigenschaften sehen, die dir auffallen. Daraus lernst du. Merk dir eins. Verdaue das Wort. Es leitet dich recht. Wandel danach. Das macht dich rein. Letzter Punkt. Ist, was fliegt. Und diese sollte verabscheuen von den Vögeln. Sie sollen nicht gegessen werden. Ein Gräuel sind sie. Und jetzt hier den Adler und den Beinbrecher und den Meeradler. Jetzt werden die Vögel aufgezählt, da wird die Eigenschaft nicht benannt. Aber wenn du genau schaust, welche Eigenschaften diese Tiere haben hauptsächlich. Sie reißen andere. Sind listig und können jagen und sie reißen andere. Die List an sich ist nicht das Problem. Paulus sagt, mit List habe ich euch gefangen. Jeschua sagt, seid listig wie die Schlange, aber einfältig wie die Taube. Also sei nicht gefährlich. Du kannst listig sein, aber nicht gefährlich. Ein Onkel möchte jetzt meinetwegen eine große Summe vererben an seinen Neffen. Aber der Neffe, er weiß jetzt schon, wenn es soweit ist, der Neffe wird das Erbe höchstwahrscheinlich gar nicht antreten. Zu viel Angst von dem ganzen Juristischen etc. Also sagt er, weißt du was, ich mache mal folgendes. Er spielt doch Fußball. Und ich bin ja mit dem Trainer gut befreundet. Ich werde jetzt den Trainer mal anrufen und sage, Tim, hör mal zu. Mein Neffe, der Jonas, der soll in ein paar Jahren ein großes Erbe antreten. Aber ich kenne ihn schon, der wird da mit den ganzen Juristischen überfordert sein. Wahrscheinlich trete er es gar nicht an. Machen wir Folgendes. Immer wenn ihr nach dem Training in der Umkleide oder noch was trinken geht, fang mal an, diese Begriffe über das Juristische da zu platzieren in den Gesprächen. Gib mal Fallbeispiele, rede mal mit ihnen so ein bisschen, einfach so in der großen Runde und lass das über das Jahr immer wieder fallen. Naja und nach dem Jahr, nach den ganzen Trainingen und nach den ganzen Gesprächen, hat der Jonas plötzlich ein ganzes Reparatur und genug Informationen über das Wesen vom Notar und juristisch, ohne dass er es bewusst mitbekommen hat. Und eines Tages bekommt er einen Brief von einem Notar und fühlt sich gar nicht mehr so bedroht. Also hat der Onkel ihn mit List gefangen zu seinem Bessen, nicht zu seinem Schaden. Hier ist jemand listig und er zerreißt den anderen, damit er es hat. Verkauft eine Versicherung, die ist viel zu hoch, das braucht er gar nicht, diese ganzen Sachen. Aber er redet es ihnen ein. Naja, es ist legal, es ist listig, aber er hat was davon. Er zerreißt den anderen. Oder gibt ein Versprechen ab oder was auch immer. Oder bestiehlt oder macht irgendetwas, was zu seinen Gunsten wäre und der andere hat einen Nachteil. Also achte auf den anderen. Achtet aufeinander. Auch wie bei den Lämmern, die nicht reißen. Die Kühe, die rein sind, die reißen nicht. Die ganzen Tiere, die rein sind, die reißen andere Tiere nicht. Das sind keine Tiere, die halt Beute reißen. Also die List ist nicht das Problem, sondern die List wird von dem gefallenen Fleisch genutzt, um sich einen Vorteil zu versprechen und zu verschaffen. David sagt, dass die in Lauterkeit wandeln, auf die du dich verlassen kannst, die nach dem Ebenbild Christus streben, vom Charakter her, das ist worum es geht, im Speisegebot. Also das Speisegebot, wenn wir es richtig halten, würde wirklich imstande sein, unser Charakter zu formeln. Das ist, was Gott uns sagt. Also Moshe gab da die Tore an ein Volk, welches ganz verstanden hatte, was da gemeint war. Über das, was du essen sollst, vom Geschmack oder von der Speise her, steht der Charakter in den Vordergrund. Das ist, was wir brauchen werden, bevor wir vor Gott erscheinen können. Ich hoffe, dass der Abschnitt dir helfen konnte. Wenn du das Video mochtest, teile es gerne, du kannst den Kanal auch gerne abonnieren und wenn du die Arbeit hier machen, unterstützen möchtest, kannst du auch gerne tun. Die Info dazu gibst in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Friede sei mit dir.